Ich habe für meine Freiheit 3.000 Dinar bezahlt und dann noch mal 5.000 für meine Frau und mein Kind. Das sind mehr als 4.800 Euro. Mein Kind ist noch nicht mal zwei Jahre alt. Was für ein Land ist das, in dem sogar ein Kind seine Freiheit bezahlen muss? Mulyom Suleiman und seine Familie haben es überlebt. Sie steigen heute zusammen mit 350 anderen Geflüchteten von Bord des Sea-Watch 4, das Schiff, das sie aus einem Schlauchboot gerettet hat. Suleiman hat dafür viel Geld an die Schlepper bezahlt. Heute erreichen er und die anderen im Hafen von Palermo ihr Ziel Europa. Auch wenn es erst mal nur ein Quarantäne-Schiff ist. Das zivile Seenotrettungsschiff Sea-Watch 4 hatte vor knapp zwei Wochen die ersten 100 Menschen gerettet. Schnell kamen dann weitere dazu. Oft treiben die Geflüchteten in kaum seetauglichen Schlauchbooten und das ist nicht nur das Ertrinken, das die Gefahr dieser Boote ausmacht. Einer der Geretteten an Bord hatte Verbrennungen erlitten. Es ist ein Jugendlicher gewesen, der so schwere Verbrennungen hatte, dass er weitere medizinische Versorgung brauchte und deshalb vom Schiff runter musste. In den Schlauchbooten läuft Benzin aus und das vermischt sich mit dem Salzwasser. Das ist sehr gefährlich für die Haut. Dieser Teenager ist im Boot zusammengebrochen und lag in dieser Mixtur für mehrere Stunden bewusstlos. Die Seenotrettung bleibt umstritten. Die Mittelmeeranrainerstaaten Italien und Malta verzögerten eine Hafeneinfahrt der Sea-Watch lange oder sie verweigerten sie im Falle des Tankers Maersk Etienne komplett. Aus Schutz vor der Corona-Pandemie heißt es. Das tagelange Warten auf einen sicheren Hafen mache die Arbeit an Bord deutlich schwieriger, erklärt Chris Grodotzki von Sea-Watch. Die Crew ist weiterhin am Rande ihrer Kräfte. Das ist auch verständlich. Es hat einfach niemand von dieser Crew seit eigentlich der ersten Rettung eine Nacht vernünftig durchgeschlafen. Es werden weiterhin hier 24 Stunden Schichten auf den Decks geschoben. Die Küche läuft den ganzen Tag durch auf Hochtouren, um alle Menschen auf den Decks zu versorgen. Und die komplette Crew ist hier einfach gefragt bis zum Anschlag und gegebenenfalls darüber auch ein bisschen hinaus. Die 353 Geretteten von der Sea-Watch 4 werden nun auf verschiedene europäische Länder verteilt werden müssen. Italien hat bereits ein offizielles Gesuch an die EU geschickt, die Verteilung zu koordinieren. Für die Unterstützer des Sea-Watch 4 ist mit dem heutigen Tag ein erster Erfolg gelungen. Diese 353 Menschen sind nicht ertrunken. Dass wir beschlossen haben, unser Zuhause zu verlassen, weil wir uns dort nicht sicher fühlen, aufgrund von Krieg, mögen es wirtschaftliche, soziale oder politische Probleme sein. Ich finde, Europa sollte uns eine Hand reichen. Wir brauchen eure Hand. Wir brauchen sie. Eure Hilfe. Eure Hilfe.